Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Hobbes Pierre ist jetzt das Dogma der Revolution. Des Buddhismus, der Freiheit, gegen die Tyrannei, bestrafen ist Gnade, aber sein ist Brauerei. Soll eine Idee, nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik, vernichten dürfen, was sich hier widersetzt? Das Laster ist zu gewissen Zeiten hochvermacht. Danton, du bist ein toter Heiliger! Aber die Revolution kennt keine Religiösen. Glaubst du, man würde dich als Monument stehen lassen? Sie wollen mich schrecken. Sie werden es nicht machen. Danton, du bist ein We Wednesday oder in die Europäische Zukunft, wir müssen hier 유�игär, Und wir müssen deren Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020